Ja, ich bin... Huuuuhhh! Mooooooah, ne Fresse, Alter! Pass auf, hinter dir! Alter, das ist ein Abladen, der ist da sowas von... Warum tötest du den denn nicht? Ja, ich kann den nicht, der warst du nahm mir dran. Der warst du nahm mir dran, dann kann ich den nicht töten. Doch, natürlich. Nein, ich hab doch drauf geschossen. Nein, geht nicht. Weil du hast bestimmt mich im Visier gehabt und dann kann man es nicht. Ich hab dich nicht im Visier gehabt. Nein, ich hab auf den Typen geschossen. Ja, aber ich war zu nicht... Boah! Ich war zu dicht dran. Dann darfst du nicht so dicht dran gehen. Ja, du Fixer, ey. Warte mal, da müssen wir jetzt nicht lang... Alter, was ist das hier, ey? Okay. So ein Lagerraum, ne, ist das irgendwie, oder? So ein Frachtraum. Oh. Äh... Ein kleiner Droide. Könnte noch nüßig sein. Ist du eigentlich jetzt genau das gleiche wie ich? Ja. Was ist denn? Hä? Was ist das denn? Alter, das ist so ein Suchgerät. Machst du das, oder? Ja, ja, aber ich... Warte mal. Da musst du irgendwas mit untersuchen. Aber was soll man denn mit untersuchen? Da... Da... Da ist irgendwo was. Da hinten irgendwo. Geh mal da hin. Hier muss irgendwas sein. Das schlägt aus hier. Ja, hier ist eine Leiter. Hier ist nur noch einer. Boah! Boah! Okay. Alter! Äh, hast du grad so geschrien? Nein, das war der Typ. Da war der Typ. Da war der Typ mit so einer Blase. Boah! Wie der hier? Wie der hier? Wie der hier? Moita, Lüder! Den hab ich mich zum Platzen gebracht. Und der hat gefurzt. Alter, holt erst sowieso Mädchen. Und dann... Oh, ne. Ich hab jetzt auch das Teil grad! Aber das ist auch... Ich hab das auch im Winter. Ist ja Hammerfett. Ich glaub, das zeigt uns Sorter an. oder? Kann das sein, wo was ist? Nee, ist auch noch so... Was ist das? Die kleinen, die kleinen, die kleinen! Alter, schieß doch! Ich bin tot! Kann ich mich selber heilen? Nö! Alter! Was war das denn? Was war das? Hopfteile! Ist wieder so eine Bank, wo wir Waffen ausrüsten könnten? Mal schauen! Ja, mal gucken, vielleicht haben wir irgendwas... Eine neue Waffe oder so, das wäre geil! Äh, Hydraulikantrieb Waffen Upgrades Okay Boah, ist das hammer! Mal schauen! Gut! Ich habe meins! Meine Fresse! Das ist hammer! Kann das sein, dass sich die kleinen Dinger so übernommen haben? Ja, irgendwie so! Ich musste E drücken die ganze Zeit! Weil irgendwie konntest du mir nicht helfen! Nee, ich war gerade mit E Was ist das denn? Hergestellte Waffe, schwere, Standardrahmen, Energiekanone Was machst du denn da? Alter, was kannst du alles schon machen? Naja, egal! Jetzt gehe ich nochmal rein! Ja, du kannst auch reingehen, ne? Während ich drin bin! Ich weiß! Achso, das habe ich ja! Okay! Okay, lassen wir mal lieber alles! Gut! Dann weiter! Oh, bist du noch? Achso, bist du noch zur Gange! Nein, ich kann nichts machen! So! Okay! Und dann wieder die Kopfzeile! Was sind denn diese Kopffiecher, ey? Die sind ja nervig! Ja, voll die Scheißteile, ne? Das sind die?! Alter! Ich habe keine Waffen mehr, ey! Boah! Ah! Ich bin übernommen! Ich auch! Gerade! Ganz kurz! Der ist ja schon tot! Alter! Ich habe keine Muni mehr, ey! Ja, wenn das, wir haben safe noch was, ne? Ah, doch, 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 doch! Und hier ist auch noch! Scheiß, die Wand doch an, ey! Okay, das, 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 das haben wir alles! Alles aufsammeln, was du kriegen kannst hier! Ja, sicher, ey! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich benutze im Moment... Ach, der ist hinter, der auch noch einer! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Der hat mich... Der hat voll seinen, seinen komischen Rüssel in mich hineingeh... Oh, ich muss da ganz schön E drücken! Hier sind auch noch Maschinen! Was ist das? Terra Nova, Bahndienst! Soll ich mal rufen? Mach doch mal! Okay, es geht nicht! Leute! Irgendwas blockiert das Bahnsystem! Cargo-Obs sollte in der Nähe sein! Man kann die Schienen von dort aus sehen! Danke, Backe! Ich geh mir das mal an! Okay, da ist nichts! Geh wieder zurück, zurück, zurück! Da kommen welche! Ey, das hat irgendwie für mich so ein paar Spiele in sich immer! Das hat jetzt was von Half-Life! WTF?! Alter! Ah, ich bin wieder übernommen! Muss man den überhaupt töten? Weiß nicht! Ah, das ist kein Schrei! Keine Ahnung! Ja, ja! Dein Partner ist gestorben! Was?! Alter! Okay, das durfte man doch nicht kaputt machen! Also nicht zu nah dran gehen! Aber was? Ich raff das nicht! Der macht vielleicht auf die Arme! Der hat so komische Arme! Ah doch, die Arme! Also ganz auseinandernehmen sozusagen! Ein Arm ist da noch! So! Er ist tot, oder? Alter, ist er tot? Ja, ist er! Okay, Aufzug rufen! Ich brauche nur noch drei Munition in meinem Maschinengewehr! Na lad doch nach! Ich habe keine Munition mehr! Ach du Scheiße! Was machst du denn? Du hast den Schneider auch! Du hast gar... Du hast nicht Dings! Oh! Danke! Nee! Den anderen habe ich gar keine! Mann! Hör auf damit, Alter! In Kisten zertreten! Ja, aber... Es hört sich mal so an, ob du angegriffen wirst! Okay, das wäre so eine Nachricht! Wenn es um die Cryo-Kisten geht, dann vergess es! Cryo-Kisten? Das sind Särgedienst! Okay! Ich sehe das Problem! Ich trete wieder, ne? Jemand hat einen Haufen... ...deinen Haufenfachstück auf den Schienen vergessen! Kannst du sie wetträumen? Sollte ich schaffen! Ich komme so oder so zu diesem... ...so zu diesem Shuttle in der... Shuttle in der achtern Sektion! Gut! Und hier! Machst du? Alter, was machst du denn? Ich bin hier gerade irgendwie... Neu mal? Ja! Alter, das dauert viel zu lange! Ich kann nicht abbrechen, tut mir leid! Was? Ich bin tot! Ja, ich kann nicht abbrechen! Ja, was musst du denn machen? Ginger zusammenführen! Aber die wollen nicht! Bricht doch ab! Der bricht nicht ab! Oh! Einer muss das fertigstellen und einer muss... Ja, bist du schnell dabei oder bist du langsam dabei? Ich habe nicht gecheckt, was ich machen muss! So, ich mache jetzt wieder Kisten kaputt! Dann mache ich das! Dann lad doch mal dein Leben auf hinten am Rücken! Die war voll! Ne! Die war voll! Die war die ganze Zeit voll! Ja! Richte doch nicht auf! Mein Gott! Ey! Schießen! Ja, mach du das jetzt gleich! Bitteschön! Hm! So, geh weg da! Ja, was muss man da machen? Hä? Was muss man denn da machen? Das kann ich ja nicht! Ah, jetzt verstehe ich! Das Prinzip auf dem Spiel ist hier! Je länger du drauf bist, du kriegst nicht! Ja, aber was soll ich denn machen, Alter? Das ist doch nicht! Ich brauche keine Munition mehr! Hä? Das ist irgendwas mit Maus! So! Ah! Kann das so sein? Hm! Kann das so sein? Ich muss ja nicht! Die musst du irgendwie zusammenführen! Das ist schon mal... Ah! Jetzt! Ah! Das sind mehrere! Muss man da machen! Ah! Okay! 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 Nächste habe ich auch! Ja! Scheiße! Ja! So! Alter! Wunderheilung! Okay! Das muss schnell... Ich weiß jetzt wie es geht! Man muss halt die Teile so lange zusammen versuchen zu stecken! Okay! Versuchen wir es nochmal! Okay! Versuchen wir es nochmal! Ich sehe das zu sehen! Jemand hat einen Haufen Frachtturk auf den Schienen vergessen! Kannst du sie wegräumen? Sollte ich es schaffen! Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der achtern Sektion! So! Ich mache es dann nochmal, ne? So! Boah! Es sind wieder tausend Möglichkeiten hier! Okay! Das erste habe ich! Nein! Boah! Ey! Okay! Das habe ich auch! Jetzt kommt das nächste! Ja! Das habe ich auch! Jetzt das letzte nur noch! Ne! Noch zwei! Oh! Drei! Was ist denn für ein kranker Scheiß, ey! Oh! Genau! Ja! Habe ich auch! So! Mal gucken! Jetzt noch das! Okay! Oh! Oh! Ist das spannend, ey! Ich habe es so konzentrieren! dran! Scheiße! Oh! 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 Warum greift er das denn nicht? Ja, weil immer zu viele da sind. Der lädt zu oft nach. Was, hier sind was zu machen? Wie lange nehmen wir den Schnauf? Ach, halt deine Schnauze. Ich meine jetzt nicht dich damit. Boah, das ist echt übel. Okay, bereit? Nein, ich muss erst mal was überlegen hier gerade. Dann macht er sofort deine ganzen Waffen alles aufladen. Doch, aber das bringt nichts, weil er zu oft nachlädt und es kommen zu viele. Zu dir aber auch dann hingerannt. Deshalb. Meine Kraft ist jetzt nochmal voll aufgepumpt. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, Krampf. Fuck, fuck, fuck. Ja, kannst du ruhig mal versuchen jetzt. Boah, ey. Schon wieder ein G-Kinder. Okay, zack. Eins. Schon wieder. Ey, der lädt zu oft nach, der Sack. Scheiße. Ja, es ist... Okay, das habe ich auch. Irgendwas muss ich drücken. Enter? Ey, es sind gerade... Okay, das habe ich auch. Ja, du bist wieder fast tot. Das habe ich auch. Wagt mir jetzt wieder beim vorletzten. Ne. Habe ich auch? So, jetzt ist noch mal das letzte. Das letzte kommt bei euch, das letzte. Alter, noch, komm einmal noch, bitte. Habe ich. Ich habe sie. Boah, das sind neue Waffen. Neue Waffen, sage ich schon. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich würde auch mal aufladen an deiner Stelle. Dein Leben, dein Leben, dein Leben. Hast du? Okay. Ja, ich sage doch nur kurz. Alter, wenn der ein Anke... Wow. Hinter dir. Verlangsam. Alter, meine Kla... Verlangsam, mein Voll, ne? Ja. Okay, haben wir auch alles. Boah, war das heftig. Warte mal, hier unten ist jetzt ein Bildschirm angegangen. Hat aber nichts zu bedeuten, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht der Zug, mit dem wir wegfahren müssen? Ja, das kann sein. Okay, gehen wir wieder nach oben. Ach, auf deine Frage, wie viel lange wir jetzt schon aufnehmen, ist fast zwei Stunden. Okay. Also noch zehn Minuten, dann machen wir erstmal eine Päusler. Äh? Wird von ihm was getroffen? Oh, krass, ey. Äh. Ist das normal? Ist das normal? Ich habe gehört, wenn man aufprallt, soll man kurz vorher hochspringen. Hahaha, mit dem Spiel kann man aber nicht springen. Das ist es ja. Oh. Da war irgendjemand. Ah, jetzt sind wir im ersten Stoff wahrscheinlich. Betätigen wir die, genau. Tak, Herr Edwards. Könntest du zu Cargoops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryo-Kisten mal deine Hilfe. Hey, tak. Bist du da? Boah, lenke mich selbst. Mein Job war es, eure R-File herzufliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein schauler Sack bist, Takke. Ich entstand... Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station fest sah. Nein, nicht so. Nein, nicht so. Äh, Runker. Ich habe mit diesem Tag schon drei Stunden überlebt. Alter, der Typ habe ich voll nicht verstanden, was der gelabert hat, ey. Was soll das denn? Geil, du hast den verlangsamt. Ja, man kann doch auch ihn verlangsamen, irgendwie. Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh. Sind wieder Pisten. Du hast aber auch Angst, ey. Wenn ich dagegen trete, meine Güte nicht. Äh. Alter. Komm mal her. Guck mal nach da unten in der Kiste. Alter. Kann ich von hier aus schon drauf feuern? Ne, ist ein Glas vor... Oh, ne. Kann ich das beim nächsten Mal machen? Alter. Boah. Ja gut, können wir machen. Also ich finde, jetzt für den ersten Eindruck, wenn man jetzt mal so ein... Ne? Mal sagt hier, wie man es fand, also... Boah, hammergeil. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also das ist wirklich... So was von... Ey, ich habe Anspannung. Das ist so fett, ey. Boah. Und, ja. Komm, stell uns mal nebeneinander. So. Guck mal. Warte. Nebeneinander. Einmal diese Nebeneinanderstellung. Jetzt komm hier so. Jetzt siehst du mich und ich seh dich. Warte. Einmal rum. Genau. Biss denn zu mir komm? Ja, man muss sich die nebeneinander stellen. Jetzt komm einfach, ey. Willst du mal zum Abschluss seine blöden nebeneinander stellen? Auch bei der Teile. Jetzt komm einfach. Hier. Ja, hallo. Warte ich nicht. Warte ich jetzt nicht drauf raten, du. Guck mal, was das für Munzer ist beim nächsten Mal. Alter, müssen wir bestimmt machen, wetten? Ja. Na gut, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Bye Dead Island. Ach. Bye Dead Space 3. Mit mir, Ingo Viva. Und mit mir mit Mana. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Und hab nicht so schlimme Träume. Tschüss. Tschüss.